Wussten Sie, was am 24. Oktober 2024 passiert? Da bekommen Sie eine neue Nummer. Die Menschen in Deutschland bekommen alle eine neue Nummer. Jedenfalls alle Firmen, alle Selbstständigen und sehr viele Bürgerinnen und Bürger bekommen dann eine Wirtschaftsidentifikationsnummer. Und die müssen sie zwangsweise benutzen gegenüber den Finanzämtern und Behörden in Deutschland. Ich verrate Ihnen heute die vier Dinge, die Sie wissen sollten. Nämlich erstens mal, für wen gilt das? Wer bekommt diese Nummer? Zweitens, warum das Ganze überhaupt? Drittens, wie funktioniert das? Denn Sie bekommen keine Mitteilung über diese neue Nummer. Wie sollen Sie da rankommen? Und viertens, ab wann gilt das Ganze? Hallo, schön, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Patricia Lederreich, bin Rechtsanwältin bei den PepperPappers.de, dem Online-Shop für Rechtsdokumente und in der Steuerrechtskanzlei Textpro. Wir gehen direkt rein in den ersten Punkt. Für wen gilt denn das Ganze? So, ganz genau mit dieser neuen Nummer verrate ich Ihnen. Die gilt für alle sogenannten wirtschaftlich Tätigen. Ich weiß, das ist Steuersprache. Wer ist das denn jetzt ganz genau? Sind das wirklich alle Menschen in Deutschland? Arbeitgeber, Arbeitnehmer? Nicht ganz. Das sind genau genommen alle Firmen und Selbstständigen in Deutschland. Egal wie klein oder groß, egal was für eine Rechtsform. Ob Sie eine GmbH sind, ein eingetragener Kaufmann, spielt keine Rolle. Einzelunternehmer, Freiberufler gehören alle dazu. Auch ob Sie es hauptberuflich machen oder nebenher. Egal, gehören Sie immer mit rein. Und wenn Sie zum Beispiel mit anderen zusammen es machen, als GbR und nicht alleine, Ihr Gewerbe oder die Freiberuflichkeit, dann gehören Sie auch dazu. Wer nicht dazu gehört, also keine neue Nummer kriegt, das sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und aktuell jedenfalls auch die Vermieter in Deutschland, die Privaten. Da würde ich aber meine Hand nicht für ins Feuer legen, dass das auch so bleibt. Nächster Punkt ist, warum das Ganze? Was soll das denn? Schon wieder eine Nummer? Noch mehr Bürokratie? Brauchen wir das in Deutschland? Die Vorstellung vom Gesetzgeber in Berlin ist beim Bundesfinanzministerium, ist man da ja federführend. Und die sagen, wir wollen statt vieler einzelner, unterschiedlicher Nummern in Deutschland, für Firmen und Selbstständige, lieber eine Nummer für alles haben. Warum das nicht so ganz stimmt? Das ist nur die halbe Wahrheit. Kommen wir gleich zu. Aktuell ist ja die Lage so in Deutschland. Wenn Sie hier eine Firma haben oder selbstständig sind, dann haben Sie eine ganze Reihe von Nummern. Nehmen wir uns hier bei der Texpro GmbH in Frankfurt am Main. Wir haben so viele Nummern. Wir haben eine Steuernummer. Wir haben auch zusätzlich eine Umsatzsteuer-ID-Nummer. Dann haben wir eine Handelsregisternummer. Eine Betriebsnummer als Arbeitgeber für die Sozialversicherung. Wir haben eine Unfallversicherungsnummer. Eine IHK-Nummer. Und viele, viele mehr. Ich liste gar nicht auf. Würde ich kein Ende finden heute. Und so sagt man beim Bundesfinanzministerium in Berlin, das braucht alles nicht. Wir wollen eine Nummer für alles. Das ist das Once-Only-Prinzip. So stellt man sich das vor. Und dass man eben mit einer Nummer fast alles erledigen kann. Warum das fast, kommen wir auch gleich zu. Allerdings ist diese Sache mit der einen Nummer aus meiner Sicht als Steueranwältin aktuell nützlich, vor allen Dingen für die Behörden. Denn die können jetzt auf einen Schlag, wenn sie gegen jemanden prüfen oder ermitteln, alles abfragen, indem sie einfach die Wirtschafts-ID eintippen und dann alle Daten auf einen Schlag angezeigt bekommen. Wenn Sie jetzt sagen, oh Frau Liederer, da wird mir ganz unwohl bei, bei einer Prüfung von meiner Firma, von meiner Selbstständigkeit, wenn da das Finanzamt auf einen Schlag alles sehen kann, ist mir wirklich nicht wohl. Dann buchen Sie sich bei uns eine Erste-Hilfe-Beratung. Ich verspreche Ihnen, dass Sie danach ruhiger schlafen können. Denn dann verraten wir Ihnen genau, womit Sie da rechnen müssen. Wir gehen in den dritten Punkt rein. Wie. Das große Wie. Wie kommen Sie an diese neue Nummer? Denn Sie bekommen keine Mitteilung. Es wird vorausgesetzt, dass Sie die Nummer einfach wissen. Ja, und Sie müssen sie trotzdem auch benutzen. Also das große Wie. Ich sage ja immer, im Steuerrecht, und das gilt auch hier, gilt bei uns in Deutschland. Warum einfach, wenn es auch umständlich geht? Die ganze Sache ist sehr kompliziert. Aber wir kriegen das zusammen heute hin. Wenn Sie die Rechtsgrundlage dafür sich anschauen wollen, schauen Sie in der Videobeschreibung nach. Ich habe es verlinkt. Das ist die Verordnung zur Vergabe steuerlicher Wirtschaftsidentifikationsnummern. Und das Steuergesetz, die Abgabenordnung in den 139a, fortfolgende in diesen Paragrafen. Da ist das alles geregelt. Diese neue Rechtslage mit der Nummer, die unterscheidet nach genau zwei Typen von Firmen und Selbstständigen in Deutschland. Es gibt solche und solche. Die einen, die haben eine Umsatzsteuer-ID-Nummer und die anderen nicht. Je nachdem, zu wem Sie gehören, ist das große Wie mit der neuen Nummer. Es ist unfassbar schwer zu beschreiben. Also, wenn Sie so eine Umsatzsteuer-ID schon haben, weil Sie zum Beispiel im EU-Ausland auch Geld verdienen, dann ist es verhältnismäßig leicht. Denn dann nehmen Sie diese Umsatzsteuer-ID. Nicht Ihre Steuer-ID, die Sie privat haben. Und auch nicht die Steuernummer, sondern wirklich die Umsatzsteuer-ID. Das ist die, die erkennen Sie daran, dass Sie mit DE anfängt für Deutschland. Und danach kommen immer und ohne Ausnahme neun Zahlen. Und jetzt gehen Sie hin für Ihre Wirtschafts-ID. Dann nehmen Sie Ihre Umsatzsteuer-ID und hängen hintendran minus viermal die Null und die Eins. Das ist wirklich so. Sie müssen diese Nummer selber bilden. Natürlich wird die auch bei einer zentralen Stelle in Bonn gebildet. Aber wenn Sie eine Umsatzsteuer-ID haben, um das nochmal klipp und klar zu sagen, bekommen Sie von dort keine Mitteilung. Die Behörden setzen voraus, dass Sie Ihre eigene Umsatzsteuer-ID selber nehmen und hinten dran minus viermal die Null und die Eins schreiben. Wenn Sie sagen, Frau Lederer, das ist jetzt nicht Ihr Ernst. Was soll denn sowas? Gut, wenn Sie eine Wirtschafts-ID-Nummer haben wollen, dann muss die ja irgendwie anders sein als die Umsatzsteuer-ID. Sonst wäre es ja dasselbe. Aber ernsthaft, dieses minus viermal die Null und die Eins, das ist so gedacht, wenn Sie zum Beispiel Einzelunternehmer sind und Sie haben mehrere Gewerbe, hier eins, da eins, fürs Zubehör, für die Produktion, was auch immer, dann können Sie es hochzählen. Minus null, viermal die Null und die Eins, minus viermal die Null und die Zwei und so weiter. So ist das jedenfalls für die Zukunft gedacht. Aktuell geht es nur mit viermal die Null und die Eins. Schwieriger ist es, wenn Sie keine Umsatzsteuer-ID haben. Das trifft ja auch viele Firmen und Selbstständige in Deutschland, die ganzen kleinen Unternehmer zum Beispiel. Und auch alle, die einfach nicht im europäischen Ausland Geschäfte machen. Die brauchen diese Nummer ja gar nicht. Diese Firmen und Selbstständigen, die können ja ihre Nummer nicht selber bilden mit diesen minus viermal die Null und die Eins. Die bekommen eine Mitteilung. Genau genommen, auch da wird wieder unterschieden, wenn Sie keinen Steuerberater haben, dann kriegen Sie die Mitteilung mit Elster. Wenn Sie einen Steuerberater haben, dann kriegt er die Mitteilung in seiner Steuerberater-Kanzlei-Software. Wir kommen zum vierten Punkt. Ab wann gilt denn das Ganze jetzt so ganz genau? Der 24. Oktober steht in der Überschrift zu diesem Video. Ja, aber mit Steuerrecht gibt es keine Regel ohne Ausnahme, glauben Sie mir. Also unsere Regel ist, wenn Sie eine Umsatzsteuer-ID haben, dann gilt dieser 24. Oktober 2024. Ab da ist die Regelung automatisch. Da müssen Sie also im Kalender wirklich einen Eintrag machen, würde ich vorschlagen. An dem Tag nehmen Sie Ihre Umsatzsteuer-ID, machen hintendran minus viermal die Null und die Eins. Und das ist dann Ihre Wirtschafts-ID. Wenn Sie keine Umsatzsteuer-ID haben, dann ist das Datum ein anderes. Dann bekommen Sie eine Mitteilung über Elster oder über einen Steuerberater und die kommt bis zum 30. November 2024. Wann im November oder vorher im Oktober schon die kommt, steht nicht im Gesetz in der Verordnung drin. Sie wissen also nur bis 30.11. Da habe ich einen Tipp für Sie. Wenn Sie keinen Steuerberater haben und Sie nutzen Elster, schauen Sie, dass Ihr Elster-Zertifikat noch gültig ist. Die Dinger laufen ja ab. Dann müssen Sie verlängern. Also das Ding sollte Ende Oktober und den ganzen November auf jeden Fall empfangsbereit sein, damit Sie Ihre Wirtschafts-ID-Nummer bekommen. Es gibt noch eine Sonderregelung, dass Steuerrecht niemals einfach ist und alles auch kompliziert macht. Merken Sie, glaube ich, jetzt. Man hat auch an die Gründer in Deutschland gedacht. Die haben keine Umsatzsteuer-ID, noch nicht. Und Sie können auch so keine Mitteilung bekommen. Also Gründer, egal ob hauptberuflich oder nebenberuflich, die bekommen eine Mitteilung, ja, ab dem dritten Quartal 2025 aber erst. An die anderen geht es ja dieses Jahr schon ran. Also ab 1. Juli 2025 bekommen die Gründer ihre Wirtschafts-ID-Nummer mitgeteilt. Und noch eine kleine Ausnahme. Wenn Sie mehrere Firmen haben, was ich vorhin beschrieben habe, Produktion, Vertrieb, dann müssen Sie dann eigentlich diese Minusfirma, die 0 und die 1 hochzählen. Minusfirma, die 0 und die 2 und so weiter. Für jedes einzelne Untergewerbe sozusagen. Nee. Aktuell ist das noch nicht der Fall. Sie bekommen auf jeden Fall eine Mitteilung vom Bundeszentralamt für Steuern, sobald das geht. Bis dahin geht nur Minusfirma, die 0 und die 1. Und diese Mitteilung vom Bundeszentralamt für Steuern, die kommt erst ganz spät. Erst ab dem 1. März 2026. Bis dahin arbeiten Sie mit der 4 mal die 0. Minusfirma, die 0 und die 1. Übrigens ist das Video kein April-Scherz. Das ist alles, ja, Bürokratie vom Feinsten in Deutschland. Das Beste, wissen Sie ja, bei meinen Videos kommt oft zum Schluss. Und das ist, was ich eingangs gesagt habe, eine Nummer für alles, stimmt ja so ganz nicht. Tut's auch nicht. Die Firmen und die Selbstständigen in Deutschland, die bekommen jetzt eine Wirtschafts-ID-Nummer. Gleichzeitig bleibt aber die Umsatzsteuer-ID für die Geschäfte mit dem europäischen Ausland. Und es bleibt auch die Steuer-ID, die jeder private Mensch bei der Steuererklärung in Deutschland hat. Noch eins. Wie ist es denn jetzt mit der Pflicht? Ich habe ja gesagt, alle, die so ein Ding haben, haben müssten, sich holen müssen, selber beschaffen müssen mit Minusfirma, die 0 und die 1. Ist das jetzt dann Pflicht? Müssen die Firmen und Selbstständigen das angeben in der Behördenkorrespondenz? Ja, es ist Pflicht. Das erste Mal gegenüber dem Finanzamt, gegenüber anderen Behörden in Deutschland. Wird das kommen, ist aber aktuell noch nicht der Fall, dass zum Beispiel Handelsregister, Krankenkassen, IHK, Berufsgenossenschaften mitmachen. Das ist die Idee, aber aktuell nicht abzusehen. Bei der Post und dem Finanzamt müssen sie es machen. Deswegen haben wir auch bei den pepperpeppers.de natürlich vorbereitet, sobald das in Kraft ist, dass sie dann nicht mehr klassisch ihre Steuernummer angeben, sondern die neue Wirtschafts-ID. Wenn Sie jetzt sagen, Frau Lederer, das Video ist der reinste Albtraum, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was für mich gilt, schauen Sie den Kapitelmarkern nach. Und da finden Sie genau, was für Sie gilt, wenn Sie selbstständig sind oder eine Firma haben oder was für Leute gilt, denen Sie das Video hoffentlich weiterempfehlen. Wie immer habe ich gehofft, dass es Sie heute schlauer gemacht hat und wir sehen uns auf dem Kanal schon bald wieder. Bis dahin machen Sie es gut. Ciao.